hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von den konen exiles battle pass beziehungsweise herausforderungen heute haben wir wieder eine schöne herausforderung für euch die auch sehr schnell geht und zwar ist das eine seltene herausforderung für 70 ep den flurschrein des dämonen besuchen wir befinden uns genau hier direkt an der grenze wir sind noch in g und ja ich sag mal die in der grenze von 9 und 10 das ist hier wo ein bisschen das wasser auch ist und hinter uns befindet sich der flurschrein da müssen wir jetzt komplett einmal reinlaufen damit das überhaupt aktiviert wird müsst ihr so ein bisschen den weg hier finden und immer da wo es frei ist im effekt rein da seht ihr dann schon die treppe und ja sobald ihr bei der treppe oben angekommen seid wie ihr seht haben wir das ganze auch schon erreicht ja ich hoffe dass euch das video weiterhelfen konnte lasst gerne einen daumen nach oben da und schaut euch auch gerne die anderen konen exiles herausforderungen hilfevideos an bis zum nächsten video vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich auch gerne abonnieren